Herzlich willkommen zurück bei Eloisis. Wir haben endlich diesen Raum gefunden, beziehungsweise überhaupt erst mal das Schloss zu unserem Dietrich gefunden. Oh, Automata. Unter den zahlreichen Schriftstücken des griechischen Mathematikers und Ingenieurs Heron sind auch Skizzen für mechanische und pneumatische Automatikkonstruktionen erhalten. Darunter waren Installationen in Tempeln, die den Glauben der Menschen durch magische Akte der Götter bestärken sollten, zum Beispiel theatralische Spektakel oder weinausschenkende Statuen. Auf der Zeichnung kann man sehen, wie jene Konstruktion funktionierte, welche die Tempeltüren aufstieß, wenn in der Steinsäulenschale außerhalb des Tempels Feuer entfacht wurde. Unterhalb des Altars befand sich ein luftdichter Behälter, halb gefüllt mit Flüssigkeit, welcher durch ein Rohr mit der Feuerschale verbunden war. Das Feuer erhitzte die Luft im Behälter, sodass sich die Luft darin ausdehnte und die Flüssigkeit durch ein zweites Rohr herauspresste. Die Flüssigkeit floss in einem Eimer. Dieser war über Flaschenzüge und Seile mit der Tempeltür verbunden. Als der Eimer schwerer wurde, zog er die Seile mit sich nach unten. Die dadurch ausgelöste Rotation der Achsen öffnete die Tempeltüren. Ein Gegengewicht hielt den Eimer an Ort und Stelle. Wenn das Feuer erlosch wurde, wurde der Mechanismus rückgängig gemacht und wieder in Ausgangspositionen gebracht. Andere ähnliche Konstruktionen erzeugten künstliche duftenden Regen im Tempel oder brachten singende Vögel und bewegliche Statuen hervor, was bei den Tempelbesuchern großen Eindruck hinterließ. Wer nicht verstand oder wusste, welche technischen Mechanismen dahinter standen, dachte, eine größere Macht oder ein Wunder sei dafür verantwortlich. Interessant. Also ein Feuer entfachen. Das natürlich wiederum ist interessant, weil wir ja auch Feuerzeugbenzin gerade bekommen haben. Zumindest den Behälter dafür. So, was haben wir hier? Eine Umgebungskarte. Yes. Yes. Da waren wir schon. Das ist der Friedhof. Das ist das Haus, wo wir jetzt gerade sind. Das hier ist das Dorf. Das ist die Schmiede. Und hier ist der Zickzackweg nach oben, wo wir noch nicht gewesen sind. Aber wir sind über die Brücke. Wir sind zu dem Haus hier hinten. Und hier waren wir auch schon. Und hier fuchst der Wolf irgendwo rum. Insofern, Gott, da sind aber viele Sachen zu lesen. Na gut. Also, ich versuche es so stübbungsvoll wie möglich zu lesen. Griechischen Gelehrten zufolge war Typhoeus. Auch Typhon oder Typhaon oder Typhos. Typhos finde ich irgendwie viel angenehmer zu lesen als Typhoeus. Ein fürchteinflossender Titan, halb Mensch und halb Schlange. Sein Körper war bedeckt mit Federn und zwei Flügel wuchsen aus seinem Rücken. Ich nehme mal an, dass alles hier irgendwie, also davon gehe ich jetzt mal aus, dass das alles tatsächliche recherchierte Legenden, griechische Mythen und auch diese Konstruktion zum Beispiel, dass die tatsächlich so funktioniert, obwohl ich mich ein bisschen frage, wie das funktionieren soll, weil eigentlich Hitze immer nach oben geht und nicht nach unten, aber egal. Auf seinem Menschenkopf wucherte feurig rotes Haar und aus seinen Augen schossen Flammen. Das Wort Typhon leitet sich von dem griechischen Verb Typhain ab und bedeutet rauchen. Es gibt verschiedene Ansichten zum Ursprung Typhoeus. In der Dichtung Theogonie von Hesiod war Typhoeus der Sohn von Gaia und Tartarus. Tartarus, den kennt man ja vielleicht. Und Gaia hat man auch schon mal gehört aus verschiedenen Computerspielen. Meistens wurden Planeten danach benannt. Gemäß den homerischen Hymnen ist er der Sohn von Hera, welche ihn in einer Höhle namens Arima festhielt. Arima haben wir auch schon mal gehört in diesem ganzen Spiel. Typhoeus zeugte mit Echidna mehrere Ungeheuer, darunter den Orthos, die Sphinx, den nemeischen Löwen, den Kerberus, den Ladon, die Lernaeische Hydra und die Chimäre. Da kommen all unsere Fantasy-Sachen her, Fantasy-Monster her aus diesen Legenden. Später entschied sich Typhoeus dafür, Rache zu üben, für die Verfolgung der anderen Titanen. Er zerstörte Städte und riss ganze Berge aus. Die Götter flohen aus Furcht nach Ägypten, wo sie die Gestalt von Tieren annahmen. Nur Athene und Zeus setzten sich ihm entgegen. Während dem Kampf fiel Typhoeus Zeus mit seinen Armen fest, trennte dessen Sehnen aus Armen und Beinen und gab sie Delfüne, die sie bewachen sollten. Aber Hermes konnte mithilfe von Pan die Sehnen zurückstehlen und sie Zeus zurückgeben. Zeus konfrontierte Typhoeus erneut und traf ihn mit seinem Donnerkeil, eine Waffe gefertigt von den drei Zyklopen, die schon dabei geholfen hatten, den Krieg gegen die Titanen zu gewinnen. Dann sperrte er ihn tief unter die Erde, in die Höhle Arima. Typhoeus wird mit vielen verschiedenen mythologischen Wesen weltweit in Verbindung gebracht. In Ägypten wurde er als Apep oder Apophis, später als Seth der Widersacher bekannt. Das dürfte jetzt auch die Metalle allmählich interessieren. Seth erlebte den Höhepunkt seiner Verehrung zur Zeit der Herrschaft des Hyksos Pharaos Apep, der ihn zu seinem Herrn und Beschützer erklärte. Einige Quellen verlauten, dass manche der Hyksos nach ihrer Vertreibung aus Ägypten nach Griechenland geflohen seien, wo sie im Verborgenen die Verehrung Typhoeus oder Seth fortsetzten, der ja teilweise auch mit sowas wie dem Teufel gleichzusetzen ist. Also da gibt es bestimmt wieder Leute, die sagen, nein, auf gar keinen Fall, aber er ist halt der böse Gott. Es gibt das Gerücht, dass Erbe des Typhoeus von einem Orden namens der Orden des Titanen Typhoeus am Leben gehalten wird. Wenn die Zeit reif ist, sollen sie ihn wieder aus seinem Schlaf erwecken. Ihr Ziel ist es, ein neues Zeitalter einzuleuten. Die Ära des Typhoeus, die Ära des Chaos. Ende des Textes. Das ist ja überhaupt relativ interessant, was es da alles für, oh Gott, hier gibt es noch die Mysterien von Eleusis. Das lese ich jetzt nicht alles durch, das könnt ihr hier ja mal kurz auf Pause drücken und dann euch selbst durchlesen. Und ich selbst habe jetzt gerade zwischen diesen zwei Sätzen das mal auch durchgelesen, während ich die Aufnahme angehalten hatte. Und kann euch jetzt kurz ein Resümee geben, was natürlich auch nicht verkehrt ist. Und zwar geht es um Eleusis, die Stadt, und in der wurden Mysterienfeiern gehalten. Und diese Mysterienfeiern haben im Endeffekt so eine Art Kultstatus bekommen und waren irgendwie neun Tage lang, wurde da gefeiert. Und unter anderem wurden da eben so, wurden da bestimmte Legenden wieder auferstanden und so weiter. Wieder als Theaterstücke hervorgeholt. Und man hat vor allen Dingen Drogen genommen im Endeffekt. Man hatte so einen Gerstenpilz, den man irgendwie vermischt hat mit allem möglichen Zeug. Und der hat dann irgendwie dazu geführt, dass man so stark psychedelische Effekte hatte. Und genau, dieser sollte dann dafür angeblich sorgen, dass man die Zukunft und die Vergangenheit sehen konnte. Nun ja, wir sind, ich glaube, mit diesem Haus irgendwie fertig. Was haben wir denn jetzt eigentlich bekommen? Wir haben den Behälter für Feuerzeugbenzin bekommen. Ähm, wir haben ein bisschen Asche aus dem Holzofen, was ja auch gar nicht so verkehrt ist, wenn wir da irgendwo Feuer machen wollen. Ähm, und ich würde jetzt ja mal denken, dass wir irgendwie diese Konstruktion, die da angezeigt wurde, mit diesem, dass sich irgendwelche Tempeltüren öffnen oder so, dass das nochmal irgendwann, ähm, wichtig wird. Ich weiß jetzt bloß nicht, ich habe so das dumpfe Gefühl, weil man jetzt ja gar nichts in der Hand hat. Man hat jetzt ein bisschen Feuerzeugbenzin bekommen. Und hier haben wir eine Karte bekommen, aber mehr auch nicht. Darauf sind schwache Linien zu erkennen. Ende des Textes. Ah, hier sind schwache Linien zu erkennen. Oder? Hm, was sollen denn diese Linien jetzt sein? Kann man daraus irgendwas erkennen? Ich kann daraus nichts erkennen. Ich sehe hier irgendwie diese, sind das diese schwarzen Linien? Oder sollen jetzt die schwachen Linien an sich da sein? Das verstehe ich jetzt ja nicht ganz. Aber ich glaube, das ist das Einzige, was man hier, ich habe natürlich noch nicht diese Sachen hier aufgemacht. Ah, der nächste Schlüssel. Wer sagt's denn? Ich habe sogar gespeichert. So. Hierophant von Ott. Wir sind sehr froh, Ihnen mitteilen zu können, dass wir den Mann, der dachte, er könne unsere Pläne vereiteln, gefasst haben. Er trug einen Schlüssel und eine Karte bei sich. Wir haben vernommen, aber er hat nicht geredet. Wir wissen, dass der Schlüssel den Eingang zum Tempelareal eröffnet. Wir vermuten, dass er den heiligen Gegenstand dort versteckt. Wir konnten uns zu dem sicher verschlossenen Tempel noch keinen Zutritt verschaffen. Über der Tür steht, kein Einlass für Ungeweihte. Wir möchten sie auch darüber in Kenntnis setzen, dass der Vollbringer hier ist. Es scheint jedoch, dass M mit dem Vorgehen nicht einverstanden und unberechenbar geworden ist. Wir werden dafür sorgen, dass er unsere Pläne nicht durchkreuzt und dass der Gegenstand im Tempel bleibt. Ende des Textes. Das ist aber sehr wichtige Information insgesamt. Denn... Damit weiß ich jetzt, wofür wir diesen Schlüssel benutzen können und ich weiß auch, wo wir hin müssen. Wir müssen endlich zu dieser Zickzacktreppe, die zum Tempelareal führt. Und da ich ein vorsichtiger Mensch bin und wir gerade gespeichert haben... ...hätte ich jetzt gedacht, dass ich da vielleicht den Typen irgendwie damit umbringen kann oder so. Aber das hat ja wohl mal gar nicht funktioniert. Dammit! So, jetzt kommt da so ein Vogel angeflogen. Was soll ich mit dem machen, mit diesem Fackelträger? Ob ich hier wieder rein kann? Bevor ich gehe, sollte ich vielleicht noch weitersuchen. Interessant. Also habe ich noch nicht alles. Es wurde mir aber gerade nicht angezeigt, oder habe ich... Achso, ich habe das noch nicht gelesen gehabt hier. Ja, ja, bla, 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 bla. So, ich glaube, jetzt ist alles gut. Jetzt ist der Trigger gelöst worden. Rein technisch gesehen. Ich werde jetzt mal hier schön Geschirr auf den Typen werfen. So, komm her. Wieso ist der jetzt nicht da? Das ist ja strange. Mensch, ich hätte jetzt gedacht, dass das ein geskriptetes Event ist. Und dass der immer kommt. Ich nehme das Porzellan jetzt einfach mal mit. Zur Sicherheit. Höh. Kann ich mich irgendwo verstecken? Der kommt hier in diese Richtung. Verdammte Axt. Ah, da kommt der schon gelaufen. Er kommt schon gelaufen. Ah, lauf! Damit, 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 damit. Ich laufe jetzt einfach mal zu dem... Oh, wenn der nicht immer irgendwo hängenbleiben würde. Das gibt's ja nicht. Damit. Nur mal zur Sicherheit nehme ich das mal mit. Ah, ich hab ihn getroffen. So. Ich hoffe, das war's jetzt. Und der rennt mir jetzt nicht die ganze Zeit hinterher. Sehr unangenehm. Klingt aber schon so. Ha! Hopp! Fluchter Vogel. Ah! Ah! So. Ich glaub, wir haben's hinter uns gebracht. So. Ich konnte mich dem nicht enthalten. Es tut mir leid. Aber so viele Schreckmomente gibt's ja hier in dem Spiel gar nicht. So. Ich bin jetzt gespannt, ob der weg ist. Vielleicht sollte ich auch nicht... ...immer die Lampe anhaben. Wenn ich hier überall rumlaufe. So. Was mach ich jetzt hier drin? Kann ich Däumchen drehen. Dammit. Nochmal. Muss ich den jetzt irgendwie weglocken erst etwa? Das ist ja so ein bisschen albern, ne? Ich warte hier, bis ich schwarz werde. Dammit. Hilft ja alles nichts. Ah! Oh! Dammit! Komm, ihr wolltet mich doch verarschen. Wie soll man denn da vorbeikommen? Na gut. Dann werden wir das wohl in der nächsten Folge sehen. Bis dahin. Tschö. Pas falt drauf und gerät jetzt endlich. ast Progress hatuber. competed deles. clamann bekannt. определ.